Ich freue mich, dass wir so einen starken Koalitionsvertrag jetzt vorgelegt haben, mit dem wir mit Rot-Rot-Grün diese Stadt zur modernen Großstadt weiterentwickeln können. Damit werden wir gestalten und das wird richtig, richtig gut. Ja, mir gefällt an diesem Koalitionsvertrag die sozialdemokratische Handschrift. Denn gute Bildung, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, aber auch der Begriff Nachhaltigkeit, nachhaltige Mobilität ist etwas neben der wichtigen, guten Bildung. Etwas, was wir in diesen Vertrag reinschreiben können. Denn am Ende ist es wichtig auch, dass das Gemeinwohl zählt und nicht die Lobby von irgendwelchen Leuten. Ganz konkrete Erfolge sind zum Beispiel, dass wir das Sozialticket für die nächsten fünf Jahre bei 29 Euro festschreiben. Dass wir eine Bildungsoffensive starten mit dem Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschüler, mit drei neuen Grundschulen und mit einem erweiterten Bildungscampus. Dass wir die Straßenbahn verlängern wollen nach Hillegossen und nach Sennestadt. Außerdem werden wir mehr Raum für Jugendkultur und die freie Szene der Stadt schaffen. Ja, ich bin glücklich und sehr stolz auf diesen Vertrag, weil er auf der einen sehr ambitioniert ist. Aber das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir investieren wollen in diese Stadt in den nächsten fünf Jahren. Denn nur so schaffen wir es und da freuen wir uns, dass die Stadt weiterkommt, innovativ, gerecht, sozial, nachhaltig. Eine ganz tolle Sache für alle Bielefelderinnen und Bielefelder. Denn wir hatten versprochen, mehr Bielefeld für alle.